Für einen jungen Mann, der die Musik liebt, gibt es keinen besseren Ort als dieses Internat. Es lebt wahre Magie in diesen Mauern. Du hast eine schöne Stimme, sagen alle. Danke. Auf dieser Akademie benötigt man Disziplin. Wer ein Weltklasse-Sänger werden möchte, imitiert die Kunst nicht. Er verkörpert sie. Was genau machst du hier? Bitte, sie müssen mir helfen. Hoheit. Prinz Tamino, die Königin der Nacht erwartet dich. Du bist ein Prinz. Bring mir meine geliebte Tochter zurück. Also, sie wollen, dass ich eine Prinzessin bitte. Ist das ein Problem? Es klingt auf jeden Fall sehr wichtig. Wo hast du dich gestern Nacht rumgetrieben? Im Land der Zauberflöte. Glaubst du mir, dass eine Uhr in der Schulbibliothek in die Welt von Mozarts Zauberflöte führt? Nein. Diese ganzen Symbole, was genau bedeuten die alle? Drei Knaben, drei Damen, drei Prüfungen. Nur demjenigen wird es gelingen, die Dunkelheit aufzuhalten, der diese Prüfungen besteht. Bist du bereit, auch wenn es dich das Leben kosten könnte? Ja, Herr. Ich finde die Sache mit dem Leben kosten schon unerfreulich. Du solltest das Risiko eingehen, wenn du herausgefunden hast, was du willst. In der Oper besteht Tamino die Prüfungen durch wahre Liebe. Ich habe komplett vergessen, dass es nur darauf ankommt, zu fühlen. Etwas wahrhaftig zu fühlen. Und es zu teilen. Und es zu teilen. Und es zu teilen. Vielen Dank.